Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Man kann eine Brücke aus Wasser machen, wenn man Elektrizität nutzt. Allerdings sind sich die Wissenschaftler immer noch nicht ganz sicher, warum sich das Wasser so verhaltet. Jetzt sieht man hier, dreht hier die Stromspannung hoch. Und jetzt wieder runter. So ist das. Und was man ebenfalls mit Elektrizität und einem Magnet kann machen, ist Metall schmelzen. Spannende Musik Kamel! Kannst du einfach einen Zug basteln mit einer Batterie, einem Magnet... ... oder einer Kupferspirale. Und das ist die Doppelschlüssel-Methode, eine super einfache Art, wie man Schlösser knacken kann. Das ist das Ende des Videos, ich hoffe euch hat es gefallen. Tschüss Wochenende, bis dann.